Hallo, Hallöchen, da bin ich wieder. Und... Mal sehen. Bin ich jetzt... 10 Sekunden. Your turn to pick. Use it wisely. Pick someone. Hm. Hm. Silence is echt übel. Wie komme ich aus? Wie komme ich aus? 5 Sekunden remaining. Puh. Weaver. Das bräuchte mir. Lockdown. Choose your crew. Hope they fare. Better than Kunkas. Choose your crew. Ha 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 ha. Hope they fare. Better than Kunkas. Hm. Das wird nicht einfach. Dem habe ich gerade eben gespielt. War der in meinem... War der in meinem Team? Das war der dämliche Nekro. Er ist nicht gestorben. Aber das auch nur, weil er... erstens Glück hatte. Für uns zweitens... nicht reingegangen ist. ... ... ... ... ... Sieht eigentlich nicht schlecht für uns aus. Ich denke, Blade Man. Weil ich nicht glaube, dass das Zepter unbedingt der Bringer ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den unbedingt brauche. Eigentlich will ich die Boots Shadow Blade. Obwohl ein Link natürlich auch gut ist. Ähm. Mhm. Und jetzt ist es, wie es das? Drei Sekunden zum Beispiel. Die Beobachtung. Ja, ich bin ein Witz, und ich bin ein Witz. Das ist gut. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Oh. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Das ist gut. Zeit für eine andere Go-Round, Tidehunter! Bring your fire! Now you see the fog! Okay, ein guter Anfang. Was war das? 61, 65, das ist ein 4er Spread, das ist... Da kann ich mir die Boots zuerst holen. Ach, dang it Dark Willow, blöde Kuh. Wieso muss die mir in den Weg laufen? Ja, lauf geradeaus, das blockt die garantiert. Dang it. Das war auch kein Deny. Okay. Den hatte ich ja gar nicht bemerkt. Earthshaker Last Pick. Okay. Aha, aha. Das war ich von dem Range Creep Tenai abgelehnt. Das war unsere Worte! Wenn die Zeit richtig ist, wir werden sie zerbrechen. Jetzt wissen Sie. Deployieren Sie. Absolut. Ich habe sie. Ja. Dang it. Fuck, hätte ich meine Boots? Ey, leck mich doch am Ärmel, ey. Dang it. Boots. Deceptive Rune of Invisibility. Dang it. Das ist gut. Okay, das ist gut. Ich habe sie mit dem Rennen. Ja, da ist gut. Du hast eine Bedeutung. Ich habe dich nicht mit dem Rennen. Das war die Erreinung. Warum? Erreinung. Okay. Yes. Pretty good. Take the field. They will burn. Dang it. You ready? On it. Dang it. Enoch einen Moment, bis sie da rein pushen. Das werden sie sich geholt haben. Schon. Okay, ich müsste eigentlich noch mitbekommen haben. Ja. Wenn der Beacon rauskommt. Wir können... Mhm. Rule of Double Dead. On my way! Okay. Shut up late. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Das wird nichts. Oh my God. Oh my God. Come behind me. Ja. 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 Hallo. Ohohohohoh. Hi. Ah. Smart Move. Komm schon. On it. Ja, das wäre doch schön. Okay. Baaayayayayay. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Ah. Waaah. 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 Okay, jetzt hat mich mein Konter gerade zweimal fertig gemacht. Nicht gut. Mhm. Fehlt nicht bei uns. Also, das ist es ja. Waaay. Jemen. Waaay. 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 Sie wurden gegründet! Radiant fortified ihre Structures! Ich hab die Hero! Ein Flasch von Inspiration! Geht! Wow! Wow! Mhm. Okay. Unerwarteterweise jeden Last Hit bekommen gerade. Unerwarteterweise. Naja. Wow! Wow, 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 wow! Oh, hör auf mich zu blocken! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Was should I find? Dang it! Da ist er! Da ist er! Da ist er! God, und ich hab noch nicht mein Level! Wo ist er? Da ist er! Dang it! Er ist die ganze Zeit noch da hinten gewesen. Okay. Okay. Wow, wow, wow. Dom, I'm waiting for you, by the way. Okay. Okay. 1-0-1. Sieht grad nach einem echt guten Spiel aus. Für den Anfang. Ich hab mein erstes Duell bei der 10-Minuten-Marke, kurz nachdem ich mein Level 6 hatte. Okay. Okay. Oh! They will burn! Repositioning. If you can hook someone, we can kill him with Duell. If you resist. Do you think I can hook from here? My demons will. You don't have vision. Tactical. The rule of invisibility. Fall! Yes? They're trying to break your middle tower. Kill the spree. Die. Missing Tog. Repositioning. Yes! You can push me... I mean tough. Machan. Absolutley. Schönen Ahhhh Komm schon Wow Okay So Ich geh grad mal zurück Weaver ist gestorben, das hatte ich gar nicht gewusst Yes Immediately Come bottom If you insist Okay Hier haben wir auf jeden Fall Warts Uhuhu Okay Oh die Aura Geil Doom Komm schon Yes, mein last hit Let's go push top now Your top tower is under attack Yes Uhuhu Look who's talking Something bad is happening to your top tower Thank you Uhuhu 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 Um Uhuhu Uhuhu Oh Uhuhu Uhuhu Um Uhuhu 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 Ah shit man! Kein Mana mehr, ist das jetzt dein Ernst? Wow! Oh man, I am... So, Blade Mail eventuell noch einfacher. 3-0-4. Das ist doch mal was. Dark Willow. Okay. Oh, das sind 3. Da will ich mich nicht einmischen gerade. Schon sag mir, dass der noch da hinten dabei ist. Ja. War knapp. So, Monkey King Bar. Blinks to Shadow Blade Doom. Ah. Kill? Oh no. Did I find Shadow Fiend? Oh no. Ah. Okay. Was haben wir denn da? Oh no. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh ja. Oh. Oh. Das war nicht schlecht. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Woaaaaaah Na Ja Aber 12 auf Ember Spirit Entweder er ist gut Die Gegner sind schlecht Oder er ist ein Smurf 4 1 8 Wäre ich nicht da geblieben Hätte ich ein fast perfektes Spiel gehabt Aber hey Der Wurscht Haben sie denn da Ember Oh Fuuuck DANGIT DANGIT Shadowblade Doom DANGIT DANGIT Ich Ja Ich Okay, pushen wir noch ein bisschen. Okay. Okay. Oh. Gammt schon Hm JC Viva Okay. Hm. Draw scheint nicht schlecht zu sein. Schade, sonst hätten wir sie noch bekommen. Repositioning. Ah. Ah. Tactical. Blanking. Absolut. Hm. Another Bulwark falls. Aye. Kann ich nicht mehr rauskommen? Mhm. Take the field! Yes. Shit. Fuck. Uhuhu. Hm. Schade. Oh. Oh. Schade. Schon dann Da hängt. Halt ich mich echt noch für Silenced. Junge, Junge. Au, 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 au. Egal, ich warte auf den Courier. Okay, alles klar. Soll er die machen, dann mach ich die nächste Wave. I'm kicking bar. Was hab ich überhaupt? Blademeal Damage. Ah, dangit. High Ground ist irgendwie noch schwer, obwohl Weaver raus ist. Weiß auch nicht warum. Hm. 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 Okay. 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 Haha. Haha. Shit. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Okay. Sehr schön. Oh. Haha. Oh, wow, wow. Oh, shit. Hey, wenigstens habe ich noch die erste Stufe geschafft. Und ich habe Boots of Travel. Was mich wieder direkt in den Kampf bringt, wenn ich denn rollen würde. Okay. Der Wein. Okay, an Nummer 1. Ach, schön. Dang it! Dang it! Hm. Okay. Das war... Eine Überraschung. Hm. So, und damit bin ich jetzt von 3 auf 4.700 gegangen. Dann würde die da mal weg wären. Was? Du glaubst, du würdest gewinnen? Hm. Hm, 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 hm. Wow, ich bin mal komplett überm... ...Soll, wenn man so will. Allerdings bin ich hier schon wieder dreimal gestorben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Naja. Ja. Oops. Na gut. Gebe ich mich mit dem zufrieden, was ich habe. War sowieso dabei abzufallen, was die Last Hits angeht. Level-Aufstieg. Wunderbar. Noch mehr Punkte, noch viel besser. Schaden aus Unsichtbarkeit, Kill-Assist, Blade-Mail-Damage, Kills. Oh. Okay, warum auch immer. So, 9-3-14. Das ist natürlich nix gegen den guten Jumjum hier. Was hat der denn für einen Rang? Ist der noch nicht kalibriert? So, Freundschaftsanfrage. Nur drei Tode, das müsste für meine Statistik gutes Futter sein. Wobei, da ich eh mit Legion immer gut bin, teilweise sogar besser, weil ich dann auf Embers-Position bin am Ende. Hm. Aber die Tode sind weniger, das ist gut, die Erfahrung. Ja. Jut, jut. Hast du jetzt, hätten mehr sein können. Heilung. Oh, gut. Wie oft habe ich es eingesetzt? Zweimal auf einen anderen. 4.000 Gebäude-Damage, da hast du nur mehr. Aber wie? Ach, da stand die ganze Zeit am Tower und in den Barracks und hat die klein gekloppt, ne? 14.000 ist natürlich ein bisschen wenig. Aber hey, was soll's. 9 Kills, das reicht. Spieler Vermögen. Ah, Spieler Level. Ja, zum Schluss noch auf die 21 gekommen mit den anderen. Gegenstände, Gott, das ist natürlich... Boah. Der Earthshaker, der hat ein bisschen unter mir gelitten. Naja. Gut, was soll's. Ansonsten, Last Hits sind okay. Denies sind way drüber, warum auch immer. Kills drüber, Tode drunter, Assists drüber. So soll's aussehen. So soll's aussehen. Jetzt ist nur die Frage. Legion, da war... Im Duell verbrachte Sekunden, genau. Was hatten wir hier? Stunts leading to kills. Kills during BKB. Blinks leading to kills. Triple kills. Mega killstreak. Schaden aus Unsichtbarkeit. Blade Mail Damage. Betäubung mit Presti Attack auf Betäubung. Zaubert, schön und gut, aber... Da muss das entsprechende Gegner-Liner haben. Naja. Naja. Bandic Win. Alles geht runter. Ja, minimal. Denies? Na gut, dass ich da diesmal ein bisschen mehr genommen habe. Gut für die Statistik. Ich suche immer noch was für die Arme, was ähnliche Effekte hat wie der Schulterpanzer. Weil wenn du was siehst, ist es einfach der ganz normale Schulterpanzer. Und der verzieht sich dann in das, ne? Naja. Win, win, lost, win, 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 lost, win, lost, lost, win, win. Ja, das ist schon ganz gut. Schon ganz gut. Oh, jetzt müsste... Jetzt müsste wieder in meinem Profil sein, oder? Ja. Ja, genau. Genau, da ist sie. Ich muss jetzt sagen, ich bin wieder über 1000. Na gut. Dann wollen wir mal sehen, ob ich die nächste Runde anfange, oder ob ich jetzt was anderes mache. Ciao. Ja. 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 Vielen Dank.